Komm, schieb ich mal zum LSC. Warte, warte, wie kann ich denn wieder da? Hast du dein Ding abgeschlossen? Jetzt habe ich die Trage auch abgeschlossen. Nein, Spaß. Ah, yuppie! Warte mal. Hui! Das ist mir zu wild. Und jetzt kommt der Slalom. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und einmal um den Baum herum, oh. Oh, oh. Hast du nicht gesehen? Nee. Bist du bereit für einen krassen Stunt? Und hier kommt Olli. Willkommen bei Jackass! Nee, bei Fummelass. Nee, warte mal, das klingt falsch.